Adrien von Schweden ist schon jetzt ein Hingucker. Erst sieben Tage ist Prinzessin Adrien von Schweden alt und doch hält sie schon jetzt das ganze Land auf Trab. Was gibt es Neues von der Kleinen, wurden weitere Bilder veröffentlicht. Ob Namensherkunft oder neue Bilder, ganz Schweden will mehr über die Mini-Prinzessin wissen, der Trubel um die jüngste Tochter von Prinzessin Madeleine, 35 und Chris O'Neill, 43, reißt einfach nicht ab. Nachdem Papa das erste Bild der Kleinen geteilt hat, lässt jetzt auch die stolze Mutter ihre Fans und Anhänger am schwedischen Familienglück auf ihrer offiziellen Instagram-Seite teilhaben. So klein und süß Adrien ist eine Woche alt. Sie ist so eine Schönheit, kommentierte die dreifache Mama am Freitag eine Bilder-Collage ihrer zweiten Tochter. Auch in den letzten Tagen wurden die royalen Eltern nicht müde, ihre glückliche Familie in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Erst veröffentlichte Prinzessin Madeleine eine Baby-Collage ihrer drei Kinder. Danach folgte ein Bild, das die kleine Adrien mit ihren Geschwistern Leonore, 4, und Nikolas, 2, heute zeigt. Einfach nur süß. Zuvor hat die stolze Mutter ein Foto von allen drei ihrer Kinder geteilt. Und das Bild beweist, dass sich nicht nur Mama und Papa über den Nachwuchs freuen, sondern auch Leonore und Nikolas froh über ihre neue, kleine Schwester sind. Spot on News Spot on News